Leute, wir spielen heute The Lost Levels. Guten Tag hier erstmal so, Leute. Willkommen. Ich bin hier... Oh, ich hab schon mal meinen eigenen Chat hier, Alter. Ich höre schon wieder meinen eigenen Stream. Das ist schon wieder... Ja, moin Leute hier. Ich bin schon am weinen. Wir spielen heute The Lost Levels. Ich hab hier auch schon was zu trinken dabei. Yeah. Wow, ich reiße schon wieder alles ab hier, Alter. Ja, moin Leute hier. Willkommen. Hallo. Julia, hi. Grüß dich. Hi. Facecam hat keine Kontur. Oh mein Gott, die Kontur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Leute, wir spielen heute The Lost Levels. Oh mein Gott. Und willkommen hier an Julia. Sensemann, Ritter, Kakte. Moin. Vielficker, der echte Moin. Der Ario, moin. Elise, Lutus, moin. Bims, Paul, moin. Arthur, moin. Wie immer sagt YouTube nur Zuschauer. Optimal hier. Muss erstmal essen. Alles klar. Ja, ich muss erstmal weinen. Warum gibt's hier keinen Sound? Ist das normal? Ah ja, ich mach das mal ein bisschen lauter hier, Alter. YouTube-Boy, moin. Willst du das echt machen? Ja. Ich probier's zumindest. Mal gucken, wie weit wir hier kommen werden. Ja. Ich hör... Das ist so ungewohnt. Ich hör kein Sound, Alter. Hier ist kein Sound. Hilfe. Mario-Fern, Mario, grüß dich. So. Oh mein Gott. Da krieg ich erstmal Ohrenkrebs. Das ist... Huuuuh. Ist das laut? Oh mein Gott. So. Jetzt weine ich erstmal ein bisschen. Nee. Okay. Fang an. Moin, Charlie, moin. Grüß dich. Und Wolfman, moin. Ah ja, ich hab hier, ne? Toadmütze. Ganz klar. Oh je, das wird schwer. Ja, ich bin gespannt. Wenn du Game Over gehst, musst du von vorn anfangen. Ja, das weiß ich. Okay. So, ich bin Profi. Mit A springe ich. Mit A, Leute. Nix anderes. Nur mit A springe ich hier. Ich erwarte viel Zoll. Ich auch. So. Hallo, Kupapanzer. Hier renne ich. Oh Gott. Ah, das ist ein Pilz. Pilz! Oh ja. Wie komm ich da rein? Tja. Oh ja. Jetzt komm ich da gar nicht mehr rein, oder was? Tja. Ist das Spiel schwer? Ja, es ist das schwerste, Mario. Macht ihr mal eine Todesliste? Ja, komm, gönnt euch. Ey, willst du mich verarschen? Hallo, Sven. Äh, Steffi. Hey, Sven. Hey, Pius. Wolltest du euch auf deinem Grabstein in dein Testament schreiben? Ähm, ich vererbe meinen Kanal an Julia. Zudem vererbt sie mein Haus und meine Ehre. Ja. Jo. Du wirst das niemals schaffen. Ja, 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 ja. Ehre, ja, Mann. Ah, ja, 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 ja. Pfff. Ha, ha. Je. Jo. Ah, ja. Ja, 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 ja. Mann, hier ist ein Pilz. Gib mir diesen, warte mal. Nee. Wie komm ich da rein? Du, ne? Diese alten Spiele. Komm, Pilz. Wo ist der jetzt? Dann krieg deine Totenmütze. Ja, die kannst du haben. Da wird dir der neue Pius. Ja, Mann. Wer hat alles Osterfeld? Ich nicht. Ich war heute in der Schule. Das war belastend. Oh, Junge. Oh, Junge. Der Skill ist auf jeden Fall am Start heute. Springen gegen einen Block. Du musst es nur timen. Okay. Ja, ich bin... Oh, Stern. Oh, Junge. Leute, ich bin Profi. Ich spüre den Autismus. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Siehst du das Outfit auch auf der Games Command? Das kann ich doch nicht sagen. Mal gucken. Mal gucken. Ist das Sound überhaupt gut? Ich sitze heute ein bisschen weiter vom Mikro weg. Doch passt. Leute, wir haben es geschafft. Ich bin so gut, ey. Autismus, ja. Der Autismus ist am Start genauso wie meine Kopfhörer hier aus dem Ohr rausfliegen. Da krieg ich auch schon wieder Autismus. Ah. Hey, wie viele Level braucht man, um Pius zum Verzweifeln zu bringen? Alle. Ja, mal gucken, ne? Oh Gott. Oh, oh, oh. Ich bin... Wasser im Untergrund. Okay. Hallo, Paolo. Hallo, Shai-Gang. Hallo, YouTube-Boy. Hallo, Finten. Moin. Das waren alle hier. War es ungewohnt, das erste Mal Facecam-Video... Ja. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ui. Ich habe jetzt Ferien. Ja, glücklicher, Alter. Ein Tod bisher, ne? Ein Tod? Ja, ich glaube schon. Ich liebe... Ne, ich nicht liebe. Ich habe auch Autismus. Das ist nicht lustig. Okay. Ist es auch nicht. Alles gut. Hey, alle. Was hältst du vom Bild, vom schwarzen Loch? Ich habe es nur so ein bisschen krott. Aber was soll ich dazu jetzt sagen? Facecam-Over. Ah, ja. Ja, wieder 1-1. Wuhu. Zehn Jahre später. Ja, mal gucken, Leute, wie weit wir heute kommen werden in diesem Stream, ne? Als ob... Hä? Warum geht die Pflanze nicht vom Panzer kaputt? Hallo, Kekshoffs. Moin. Tod 3, Game-Over 1. Dankeschön für diese Auflistung hier von euch beiden. Wunderbar. So, ich bin Profi? Die war eigentlich irgendwo ein Stern, aber hey, ich brauche keinen Stern. Profi! Darf der Kevin spielen? Komm, das ist eine... Es sind unnötige Fragen, meine Liebe. Woher kommt das? Das ist so unnötig. Warum? Machst du noch... Machst du 100%. Machst du 100%, Junge. Ja, ich guck mal, wie wir heute kommen, ne? Sagen wir mal so, ne? Gibt's nur irgendwo ein Pilze? Ah, ja. Ah, ja. Tod 4, jo. Ich bin so Profi, ne? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Leute, warum läuft so gut heute? Hast du einen Tipp für das letzte Captain Toad-Level? Äh, vielleicht erstmal so durchspielen und dann gucken. Profi. Ja, ich bin so gut. Ah, ja. Ich bin so gut. Ah. Gif-Pilz. Gif-Pilz. Oh, Junge. Hi, habe ich viel verpasst. Äh, ein paar Tode bisher, aber noch nicht viel, ne. Moin erst. Ich bin Profi. Oh. Voll schwer. Ja, dieses Level ist so schwer wie in heutigen Mario Bros. die letzte Welt. Gefühlt. Oh, Junge. Ist hier das Ziel? Ja. Yeah. Ich habe das Spiel auch noch nie gespielt, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel habe. Ich habe nur bis 2-1 geschafft. Dann Game Over. Viel Spaß. Ach, du warst dann erst Game Over? Ah, ja. Ah, ja. Ich bin schon, äh, ein bisschen früher Game Over, Alter. Mir fliegt hier dauernd diese Scheiße aus den Ohren raus, ey. So zum Heulen. Ist jetzt richtig drin hier, Alter? Ja, ja, ja. Irgendwie schon. Ah! Ah, ja. Gleich gehe ich weinen. Oh, wir sind weiter, Leute. Glaube ich, ne. Oder waren wir hier schon? Lull. Das sehe ich auch so. Jui, moin. Erstmal. Das erste Level ist voll easy peasy. Ja. Kann ich da hoch? Ahaha. Kann man dir per Paysafe spenden? Ne, per Google Play. Du kannst aber deine Paysafe-Karte im Playstore als Zahnungsmethode angeben. So, Leute. Wir sind weitergekommen. Äh. 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 Oh. 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 So, jetzt trinke ich erstmal Watt hier, ne. Bisschen abgeschoben. Prost. Johnny, let's play's. Moin. Ah. Ist echt zum... Alter, jetzt fliegt das schon wieder raus hier. Junge. Ist echt zum Heun hier. Nices Gameplay. Da kostet er ja das auch. Aber wir sind schon dezent warm mit diesem Pilzkopf. Mh. Mh. Dritter Game Over. Ja. Es läuft richtig gut hier. Ich bin sowas von skiddig hier unterwegs. Oder? Oder? Ey. Der will da nicht hochgehen, ne? Hey zusammen. Hallo, Adrian X2. Grüß dich. Hab das Spiel komplett ohne Game Over geschafft. Ahja. Das ist ja schlimmer als zeitloser Wummenschatz und Captain. Ja. 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 Oi oi. Jetzt kannst du nicht mehr heimlich wegen Facecam. Heimlich trinken? Haha. Ich trinke heimlich Apfel schon. Oh mein Gott. Aber das erste Level, Leute, das schaffen wir jetzt ganz easy. Da bin ich Profi. Guck mal hier. Gibt's hier auch irgendwo ein paar One-Ups? Benutzt doch Safestates. Ja. Das ist ja lame. Ja. Beim letzten Level müssen alles zu seiner Beerdigung kommen. Ja, die können gerne mal vorbeikommen. Guten Abend, Dominik. Toller Vorgeschmack auf Mauermaker 2. Ja. Mauermaker 2. Das wird auch super. Pius ist Profi. Ja, ich bin neulich Profi. So Leute. Hm. Richtig gut. Okay. Jetzt will ich es schaffen, ne? Jetzt will ich es schaffen. Julia spielt Zeitung 2. Julia. Was machst du denn nun zur Zeitung 2? Warte mal. Hier war irgendwo ein Panzer, ne? Äh, Panzer. Ein Block. Wo ist der? Tja! Hm. Ja. Ich liebe das Spiel. Bestes Spiel. Junge. Okay. Wo war jetzt das? Der Panzer. Warte mal. Nein! Diese Töne immer. Ja. Ich geh jetzt da nicht hoch. Ne. Geh da jetzt nicht mehr hoch. Geh mich auf hier. Zehn. Oh Junge. Ja, die Tode die Sammeln. Was ist das ja jetzt? Was spielst du so an Online-Games? Ey, es wird schon 2 und was war's denn? Wow, God. Oh Gott. Warte mal. Ah! Da muss ich mal los jetzt hier. Jetzt geh ich weg. Tschüss. Was? Warum ist das Leben so gemein? So. Bin wieder da. Hallo. Mario. Muss los. Ja. Ey. Ich bin hier in Welt 1. So. Ich nehme jetzt hier einen Pilz. Gucke mal. Mario. 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 Was denkst du, wie weit wirst du kommen? Pius. Ähm. Bis Welt 1-3. Mhm. Mir keine Ahnung. Und du? Ich werde es seeeeeeen. Das Spiel. Hahaha. Spendet mir bitte Geld für den Krakenhausbesuch. Dankeschön. Es wird schon 2? Ja. Also alle 520 Jahre, ne? Ich hab das Update noch gar nicht gespielt. Lul. Oh. Pils. Leute. Jetzt brennt's. Ja. Und jetzt packen wir hier unseren Skill aus. Ja. Kritisch. Kritisch. Oh. Ich mach gleich wieder aus, ne? Hallo. Geil. Ja, ey. Alles ist auch gut. Alles ist gut. Nico. Ne? Alles ist. Optimal hat euch einen schönen Schultag. Freier ist immer geil. ganzen Tag beim Klassenlehrer immer eines Ganzen. Spar. Das Spiel ist nicht so entspannt. Nee. Spendet Geld für Beruhigungsmittel. Ja. Endlich. Die brauchen wir mal. Keine Zeit zur Apotheke gehen und kaufen. Junge. Und diese Kopfhörer regen mich sowas mal auf hier, ne? Junge. Alter. Die fliegen dauernd aus den Ohren. Spende mir bitte für andere Kopfhörer. Dankeschön. Samsung-Dinger, ne? Ehrenlos. Wenn ich unterwegs bin, fliegen die nie raus. Wenn ich hier am Stuhl sitze, fliegen die raus. Eier. Ey! Gleich brennt's hier. Eieieieieiei. War hier irgendwo ein Stern, ja, ne? Ach Gott. Manchmal muss ich los. Samsung ist Leben. Nee. Samsung ist so ein Verein für sich. Er hat alles Ferien. Ich nicht. Ich war heute in der Schule. Hey, was geht? Alles. Also es geht mir mal besser, ne? Wo ich das noch nicht gespielt habe, hier. Da ging's mir besser. Seelischfallen. Naja. Na. Darf ich ein Fest aufmachen? Wäre das für dich okay? Pilzkopf. Pinzap. Ja. Kannste machen, ey. Wenn's gut ist, ne? Kunitsu, wann kommt der nicht zu? Jetzt werde ich schon nach Kunitsu gefragt, ey. Geht er gar nicht. Ey. Irgendwer. Hi. Grüß dich. Ich hab Ferien. Warum hat jeder Ferien? Warum hat jeder Ferien? Na, Lukas. Moin. Ich bin jetzt aber nicht Game Over, oder? Ah, ja. Niemals. Ja, kann ich mir vorstellen. Läuft der Stream heute sogar mal? Auslands Jahr. Krass. Letztes Mal hatten wir ja ein paar Internetprobleme. Hä? Oh, ich bin so gut. Ich hab keine Ferien. Ja, Julia. Das wundert mich nicht. Das Wetter draußen ist sehr schön. Ich glaub ich sollte nach draußen gehen. Äh. Okay, wir haben jetzt wieder ein Leben, Leute. Aufpassen. Aufpassen. Oh, Junge. Habt ihr alle schon ein Like da gelassen für diesen Skill? Nein. Macht das unbedingt. Dann abonnieren sie mir nicht. Dankeschön. Kann ich doch einfach hoch. Nein, kann ich nicht. Okay. IPUs. Hallo Ender. Moin. Grüß dich. Okay, wir rennen jetzt. Ohhhhhhhhhhh. Geil. Ach, hier waren wir schonmal, ne? Ja, hier waren wir schonmal. Eddy, moin. Uiuiui. Anspannung steigt. Oh je. Okay, da kommt nichts raus, alles klar Da kommt ein Panzer Juckt mich aber nicht Oh, nee, nee, noch mal Nein Alles wird gut Cooles Kostüm, dankeschön Leute, wir haben's Yeah So, Leute, hier ist aber ganz wichtig Wir machen ein Safe State Nach 2 Leveln gönne ich mal einen, okay Hallo Hallo Dankeschön Yeah So, nach 2 Leveln kann man sich mal gönnen, ne Damit wir mal irgendwie vorankommen hier Im Saftladen Ui Ah ja Ah ja Ah ja Ja, hallo Junge Kannst du mal Laden Ja, bitte Okay Ja Immer alles ein bisschen lassen Wir lassen hier Okay Wir schaffen das Wir müssen das erstmal hier so ein bisschen ausballern Geil 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 Oh Skillig Was wird der denn? Junge Gehst du weg? Okay Jetzt kommt der Der Typ da Alter Belastend fällt runter Ja, ist alles belastend hier, Junge IPUs hast du auch Ab und runter Ferien Die hab ich nie Ich hatte erst Ferien Ah ja Ey, der schiebt schon wieder den Kopfhörer raus, ne Ohne Witz, Junge Kauf dir Kopfhörer, die funktionieren, ey Manchmal muss ich los Scheiß Safesales Niemand Sonst würde ich doch In Welt 1 In 2 Stunden sitzen Kann der mal weggehen? Ja In die anderen Richtung, Bruder Oh Die fliegt aber nicht runter, ne Okay, alles gut Alles gut Junge Oh Gott Junge Geh weg Tja Pierce ist halt belastend Ja, genau In welchem Bundesland wohnst du? Hamburg Alter Manchmal ist es echt belastend hier So ein Moment Ist Heute Moin Jas Moin Jasin Ja Grüß dich Grüß dich Ha Skillig Kann der mal weggehen? Ich muss auf den drauf, ne Ich bin so gut Ich bin so gut Moin, wir wieder back in the business Der grüßt dich Ein paar Olofs Ich bin so gut Ha 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 Manchmal muss ich los Manchmal muss ich los Aber dringend Ich bin so gut Stirbt Ja, Leute Ich bin halt einfach Profi Ich will es halt nicht so zeigen Daran wird es liegen Warum bin ich einfach so gut und einer? Können diese Kopfhörer jetzt endlich mal drinbleiben? Leute, ich bin so gut stirbt in null Ja, 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 ja Einfach richtig gut hier So was von Profi Ich konzentriere mich jetzt Ich konzentriere mich jetzt Ich hoffe da Das war jetzt irgendwie ein bisschen Leck Naja Naja Ah ja Ah ja Oh, Leute Skill League Weißt du, was mich am meisten belastet? Dass keine Direct kam Am 11. April Das finde ich ziemlich belastend Oh Ja, und jetzt Okay, der ist weg Moin, Glör Grüß dich Uh Skill League Okay Alles wird gut Ist das Ziel? Nee Nix mit Ziel Alter Leute, wir haben es geschafft Darauf erstmal ein bisschen Apfelschorle Grüßt euch, Leute Pulse Grüßt euch Grüßt euch Weiter geht Weiter geht Nein Nein Oh, Leute Zielspiel macht mich jetzt schon fertig Wir sind Welt 1 Welt 1, 3 Bin jetzt schon am Ende Bin jetzt schon am Ende Alter Schwede Alter Schwede Und like, Lofi, lach mich nicht aus, okay? Lach mich nicht aus Junge Boah, diese Blupper regen mich so auf, ne? Geh's mal weg Iparim, grüß dich! Was ist das? Alter Da ist gerade irgendwas explodiert Oh, Junge, Alter Junge Ah Oh Der Blupper regt mir auch völlig aus, ne? Auf, nicht aus Wir schaffen das Also bis zum Kass Alter Manchmal Muss ich los Oh, Junge Manchmal Kannst du Bitte Danke Leute Ich geh gleich heulen Gleich geh ich heulen Alter Was ist das hier? Was ist mit der Plattform passiert? Halb unsichtbar Aber okay Schaffst du? Nee, ich schaff hier gar nichts Ich schaff hier gar nichts Mann, no Ich bin so skillig unterwegs, ne? Oh, danke fürs abonnieren Bei meinem skill Abonnierst du mich? Krass Ah ja, ja, ich schaffst du mich nicht mehr Ah, ja Ah, ja Ah, ja Ah, ja Ah, ja Gleich gehe ich nach hause Gleich gehe ich nach hause Gleich gehe ich nach hause Oh, ja Oh, ja Kann der Blue Ball mit übergehen? Der riecht nicht so auf, der Typ, ne? Okay Nimm mal so hin Ohne diesen Safe State wäre ich schon gestorben Ohne diesen Safe State, ne? Hätte ich schon wieder ausgemacht hier Also, dass das so schlecht läuft Damit habe ich nicht gerechnet Da bin ich ganz ehrlich Mano Ich finde das Level diesmal Was? Ich finde das Level So furchtbar, okay Ja, ich auch Dies ist schon Abschluss Abschluss Jutu Jutus Moin Ja, Konizu macht das auch mal, ne? Komm, Niko Gönn dir Trau dich Komm, mach das Spiel Du bist ja so gut Ja, ich bin auch voll gut, ey Ah Ah Fius Du bist so gut Der Kopf ist falsch Ja, ich weiß die Farbe Ich weiß Aber Es gibt da nicht so viel Auswahl Deswegen, ja Ich muss noch nicht für was entscheiden Und so viele verschiedene Köpfe Toads Gibt es jetzt auch nicht Oh, Junge Manchmal Muss ich So Ich muss sowas von los, ey Wie lange spielt das jetzt schon? 45 Minuten, ne? Ne, halbe Stunde Halbe Stunde Geil Halbe Stunde Moin, kennst du mich noch? Ja, moin Erstmal Ja, kenn dich Vom Namen Kann er mal Der Buber regt mich so auf, ne? Alter 2000, Jahrspieler Ja, wie viele Tote haben wir bisher? 50? Null Äh Ey, ich bin Ich mach hier gleich wieder aus, ne? Ich mach hier gleich wieder aus Ne, Kopfhör fliegen auch alle drei Sekunden raus Also, er regt mich auch verlaufen Ich glaube, ich sitze zu weit vom Bildschirm weg Deswegen Mano Hab dich abonniert, kommt irgendwie nicht Wird nicht angezeigt Ja, es liegt da, dass du deine Abos dann auch privat hast Daran Oh, mir ist sogar oben hier, ey Krasser Scheiß, ey Das ist blöd Heißt, ob noch jemand die Tote nutzt, ja Das ist natürlich recht, ne? It is belastend Oh je Oh je Ander mal weggehen Okay, gut Okay, gut Hey, dann fürs Abonnier Guten Tag, grüß dich erstmal Blumax Hallo Oh man, Leute, ey Manchmal denke ich, ich muss los Aber sowas von Ja Keks, mach das mal selber, ne? Komm Spiel das auch mal Ist also gut Ich beende gleich diesen Stream Reicht mir hier Voll der Betrug Ich dachte mir so, ja, easy, Welt 1 Wman Easy Wman welres 1 dachten wir Ja, ja 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 kaka auf warum krebs kommentars neues video klar dass wieder deinen mürz promotet die keiner kaufen will was hat denn was hat sie dann gemacht einfach so wenn ja okay dachte schon was wieder deinen mürz promotet junge dann ist ja mal abschluss bei dir naja dann machst du es ja mal komplett um die steuerung ist auch so was von so was von du musst immer rennen damit der typ mal höher als zwei meter springt zwei meter wäre schon krass mit der höhe als zehn zentimeter springt und die stelle ist die tonne sowas von für die tonne könnte wieder einmal heulen in meinen taschen tuch am anfang vor allem dieses ein leben regt mich so offen hier gibt es hier keine one ups irgendwo scheint ja nicht wo bin ich denn ah ja ah ja pius will haben was willst du haben hallo pius hallo dennis grüß dich oh leute manchmal muss ich los manchmal muss ich richtig los hier oder ja je jej 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 je wir schaffen das wir schaffen das böse blubber ja die blubber legen mich so was man auf glaubt ihr gar nicht ok 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 ey danke für das abonnieren Ich bin hier gerade im Stress. Danke auf jeden Fall. Alter. Wie lange geht das hier noch? Leute. Innerhalb von 3 Minuten 40 Kommentare. Das kannst du mir gerne mal auf Discord schicken. Leute, wir haben es geschafft. So, ich mache es hier nochmal. Das ist das Castle. Geil. 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 Okay. Oh, Feuer. Aufpassen. Leute, wir sind 1, 4. Krass, ne? Je. Und alles wird gut. Hoho. Ohne Witz. Sie ist klasse, ne? Uiuiui. 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 Hä? Da war doch gar nichts. Renn doch. Das geht. Das geht behindert. Spielst du auch mit Zuschauern? Ja, aber heute nicht. Heute nicht. Aber tendenziell, ja. Mistig. Zum Beispiel 2 Minuten 2. Da machen wir auch gerade der Lacks. Aber Mario ist eben nicht gerannt. Das ist ziemlich belastend. Und so. Als ob der Typ nicht rennt. Ich musste los, ne? Ich muss so los. Hab ich mal angerufen? Nee. Nee. Passt. Keiner. Das Spiel macht mich fertiger. Fertiger. Bestes Wort. Fertiger als ich gedacht habe. Und das regnet mich auf. Heute gucke ich mal so richtig Familie im Brennpunkt nach dem Stream. Kommt dann bestimmt so eine Folge wie, äh, Pius, Junge namens Pius, probiert im Lost Level zu spielen. Dabei schafft er es nicht und gibt sich die Kugel. Ich denke, ist da so eine Mariette. Was ist denn hier los? Und dann, ja. Kommt meine Oma und sagt so, alles wird gut. Was ist denn hier los? Ich zocke durch. Ja, komm, mach mal easy. Komm. Ganz entspannt durchzocken. Wer kennt es nicht, mache ich auch jeden Tag. Dann spiele ich ja lieber eine World's Hardest Game, Alter. Profi. Ja, ich bin so gut, ne? Ich bin so gut. Profi. Das war ein geiler Abgang. Das war ein geiler Abgang, Alter. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Mariette. Was ist denn hier? Ja. Definitiv. Bestes Spiel. Ja, das sehe ich auch. Manchmal denke ich mir, ich muss los. Dieser Moment ist wieder gekommen. Alle Toadschwingen hoch. Ja, wir machen. Alter. Zu entspannen und privat machen eine Runde selten. Das würde ich jetzt auch gerne spielen. Gerade eingeschaltet, direkt zwei Tote. Ja, moin. Ich grüße dich erst mal. Kannst du bitte? Please. Ich muss los. Dringend. Woanders hin. Und zwar... Und zwar... Dieses Feuer ist blöd. Das dauert ungefähr acht Jahre. Ja. Ich gucke schon auf die Uhr. Ne? Acht Jahre ist auf jeden Fall gleich erreicht. Yeah. Ja. Yeah. Yee. Oh. Skill. Ab in dem Feuer. Ja. Dein Deutsch ist auf jeden Fall auch vorhanden. Mein Skill ist auf jeden Fall auch vorhanden. Vielleicht hilft es, Apfelscholle zu trinken. Ja. Mmh. Oh. Hatte früher Angst vor Kamek. Okay. Moin, Piu. Seid mal hallo. Aber jetzt was essen bei. Ja, nice. Alter, Mann. Was ist los? Du hast weiterhin zu gespammt. Kennt jemand? Jupa. Cam. Ne, was ist das? What is that? Komm mal rein auf das Kratschen. Ja, moin Marvin. Grüß dich. Ab in das Feuer. Bestes Doi. Bin back. Ja. Moin zurück hier. Alle, die so Hate schreiben davor. Okay. Wahrscheinlich irgendein Community Tab. Äh, Tab. Tag. Wie bei uns. Hashtag Team Tod, Leute. Ist ja ganz klar. Ich hab ne Apfelallergie. What? Es gibt ne Apfelallergie? Okay. Davon hab ich jetzt noch nie was gehört. Aber. Immer wieder was. Die Stelle ist so assi. Wer hat die gebaut? Der gehört sowas von entlassen. Wenn er das nicht schon längst ist. Ich glaub, alle, die an diesem Spiegel Arbeit haben, die nicht Miyamoto hießen, sind eh nicht mehr bei Nintendo. Kann ich mir zumindest vorstellen. Weißt du, ne echt? Buse. Nur mit einem Buh. Start mit. 520 Fuß. Ah, 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 ah. Kennst du noch für Tendo? Ja. Kenn ich. Da guckst du einmal in den Chat, ne? Also, was hast du einmal? Aber da guckst du gerade hin. Kommt da so ein blödes Feuer. Und denkst dich so. Bruder. Ich mag Feuer und möchte dich verbrennen. Okay, jetzt renn, 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 runn. Da müssen wir aufpassen. Jetzt dachte ich bin schnell und spring da rüber. Nö. Hm. Oh je. Oh je. Okay, Leute, wir konzentrieren uns und dann wäre das auch was. Haben wir alle schon ein Like klagelassen für diesen Skill? Nein, macht das und kommt auf meinen Discord-Abonnierten-Server. Link in der Beschreibung und folgt mir bitte nicht auf Twitter. Dankeschön. Ich glaube, Twitter könnt ihr mir folgen. Immer eine gute Idee. Hm. 68 Kommentare, alles nur Hate. Alles dasselbe vor allem oder unterschiedlich. War er wenigstens kreativ? Schickt was gerne mal auf Discord. Ja, ich hab abonniert. Nice. Und willkommen hier bei den Toads. Ich glaube, man soll das sehen. Ne? Mit der Pizmütze und so. Weißt du Bescheid? Ja, ohne Safe State, ne? Ohne Witz. Ich wäre schon dreimal aus diesem Zimmer gegangen und niemals wiedergekommen. Ich guck gleich mal, wo meine Polly ist. Dann können wir die auch mal im Stream zeigen. Zumindest am Ende oder so. Also bevor ich komplett am Ende bin. Versteht sich, ne? Löff dein Kanal. Ah, ja, ja. Das solltest du echt mal machen. Das ist damit eine gute Idee, die mal zu löschen. Oh, Junge. Ich würde gerne in Discord kommen. Ja, den Link in der Beschreibung hier im Stream. Oh, danke dafür. Ja, bitteschön. Man muss ja immer wieder ein bisschen Nettigkeit ausstrahlen. Damit wir siegt, Leute. Wir sind eine Welt weiter. Oh mein Gott. Da fliegt schon wieder den Kopf heraus hier. Hilfe. Wir sind eine Welt weiter, Leute. Oh mein Gott. Wir sind so gut. Yeah. So, ganz wichtig. Safe State. Ganz, ganz wichtig. Ne? Wir wollen ja nicht nochmal sterben. Das wäre ein bisschen belastend. Scheißfleisch ist da. Alles klar. So. Toad ist so gut. Ja, ich bin so gut, ey. Ich bin sowas von gut. Da kommen die Oberzicken von oben. Was heißt von oben? Von der Seite. Oh, sogar ein Pilz. Warum ist das so großzügig? Spiel, du bist so großzügig jetzt. Ah ja. Beste Leben, aber sowas von. Aber sowas von. Oh. Hier. Ich kann da nicht schwimmen, ne? Hm. Ah ja. Ah ja. Wo war jetzt der Stern? Wo war der jetzt? Oh no. Als ob die sich umdrehen. Wie findest du Super Mario Ness? Was ist Nese? Super Mario Nese. Was ist das? Kenn ich nicht. Als ob. Wie auch immer ich das gerade überlebt habe. Krass. Hi Leute, hallo. I love trains. Ah ja. Da macht jemand die Züge. Das ist ja schön. Oder? Los. Los. Jetzt läuft sie aber. Nein, der Pilz. Super Mario Nese. Man kennt ihn. Hab gerade wieder so keinen Bock mehr auf die Spiel. Oh. Nur wegen einem Hater, Junge. Alles wird gut. Stern. Geil. Ich rede das eh auf, was ich diese Kopfhörer benutzen muss. Die schon wieder halb aus dem Ohr rausfallen. Ich hatte eigentlich andere so Bluetooth-Dinger, ne? Aber die haben keinen Bock mehr, sich mit meinem PC zu verbinden. Das war richtig geil. Und deswegen habe ich jetzt diese böle Kabel-Dinger, die die ganze Zeit hier an meinem Controller rumdüddeln. Und jedes Mal nach 50 Sekunden gefühlt rausfallen. Ich rede mich dezent auf. Galaxi 2.0. Moin. Hi. Oh, Stern. Geil. Stern. Geil. Ohne Witz, was ist das hier? Ohne Witz, was ist das hier? Jins, wir machen jetzt aber nicht mit Face. Das ist mir zu belastend. Allein wegen dem Kabel. Ich habe auch noch ein anderer Kopfhörer, aber dann kann ich meine Toad-Costüme nicht aufsetzen. Das ist alles belastend. Deswegen, ja. Okay. Ja, natürlich. Manchmal muss ich aber los. Mann. Ohne Witz, das Spiel ist belastend. Dass es so schlecht läuft. Habe ich auch nicht gedacht. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Sonst noch was vor, außer sterben. Nee, nicht so glücklich. Nee, nee, nee. Oh. Bius. Okay, kommst du jetzt zum. Wieso spielst du dieses alte Spiel überhaupt? Ich wollte es mal spielen. Ich habe es noch nie durchgespielt. Stern. Öööö. Öööö. Nice. Du darfst eine Plattform. Eeeh. Eeeh. Trump? Ach, hallo Mario, schön dich auch wieder zu sehen. Das ist doch so Dreck. Dreck. Dinge, die Kopfwärts und verursachen Nintendo Labo und VR. Äh, Nintendo Labo, VR und Pure Skill. Ey. Ah ja, Nico hat Zimmer mal. Wie ist so ein Nintendo Labo? Ja, anscheinend nicht so gut. Kamen die Updates eigentlich schon? Also Zelda Breath of the Wild und Mario Odisee. Dieser Abgang, dieser Abgang ist Betrug. Der springt derartig, behindert, das ahnst du gar nicht. Der springt. Was wäre das jetzt hier? So eine Kupa mit Tamassentierhaltung oder? Wie soll ich das deuten? Nach nicht mal fünf Minuten dreht sich mein Gehirn. Naja, anscheinend hast du einen Gehirntumor oder so. Ne, keine Ahnung ey. Nein. Oh. Man verspringt der nicht. Wird eine Sprungkrankheit oder so. Wollen Sie? Immerhin habe ich dadurch die Bestätigung, dass ich ein Gehirn habe. Sicher? Vielleicht. Ja auch nicht. Man weiß es nicht. Was hast du denn bisher gespielt? So, jetzt aufpassen. Mein Boden ist schön. Ja, sieht sehr schön aus. Ich bin gerade kurz davor. Nein, du löscht hier gar nichts. Kriegst du einen Hustenkrampf? Nichts. Warum hast du deinen Gehirntumor? Warum hast du deinen Kopfschmerzen? Warum hast du deinen Kopfschmerzen und auch gar nichts gespielt hast? Einfach nur vom Aufsetzen oder was? Hä? Hä? Oh. Gib mir jetzt diesen Pilz. Das ist Betrug. Ist behindert. Ja, ist halt so. So, hier ist ein Stern. Den brauche ich seelisch. Okay, jetzt. Alles gut. Wir springen ganz langsam auf diese Röhrin. Je. Wird es nicht irgendwann warm? Es geht noch. Sagen wir mal so. Ich lebe im Sommer kritisch. Sommer wird es richtig kritisch. Kann ich nicht da einfach mal machen? Oh, diese Trampoline. Alter. Alter. Oh, Gift. Pilz. So, weil ich schon, bevor ich zum ersten Spiel gekommen bin, Kopfschmerzen und diesen Bild hatte. Was? Das war's wohl. Alter, was ist das denn jetzt? Junge. Hä? Ah, ja. Mhm. Ah, ja. Wer ich schaffe, Leute, schreibt es in Chat. Ja für Ja, ich schaffe es. Und B. B. Nein, ich schaffe es ihm nicht. Schreibt es ihm in Chat. Dann gucken wir mal. Wie ihr so an mich denkt. Alter. Ich habe gerade den Moment, als ich meine Arme schon greifen wollte, mein Mikro umgekippt. Prost. Ah. Nee, nee. Yep. Andi, mal einer, der mich hier mag. I love Twins. Ich mag dich jetzt auch. Yeah. Du wirst gleich fallen. Nee. Ich glaube an dich. Also ja. Der männlichste Schrei der Welt. Boah, ja man. Wo ist eure Motivation hin? Ich bin motiviert, jo. Du schaffst es niemals. Alles klar. Super Mario Nese 2. Nein, ja. Soß. Nein. Nö. Nö. Alles klar. Dankeschön für eure Motivation. Alles kaputt mal. Ja. Komplett abrüss. Alter, jetzt ist mein Mikro viel zu weit im Bild. Das ist gar nichts mehr. Okay. Okay. Das schaffe ich niemals. Vor allem, weil man in diesem Dreckspiel Anlauf nehmen muss, um zwei Meter zu springen. Ich hab da drauf geduckt. Der Typ hat halt nicht mal versucht zu springen. Das ist das Geilste daran. Er hat nicht mal versucht zu springen. Manchmal muss ich los. Er hat es nicht mal versucht. Nicht, dass er keinen Anlauf nimmt. Er ist einfach straight in den Abgrund. Bruder muss auf jeden Fall runter. Ey. Da muss ich los. Jetzt machte meine Toad mit sich auch schon bewegbar. Jetzt geht's los. Okay. Wir sind wieder an den tollen Orten, wo ich niemals sein will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt geht's richtig los hier. Eieieieiei. Machen du bist halt jetzt. Ja, ich spiele gleich mit Toad weiter. Darf der Kevin los? Ja, der darf los. Muss aber auch los. Warte mal. Wo komme ich denn raus? Das ist doch so ein Dreck. Hä? Okay, ganz ruhig. Alles wird gut. So ein Feuerball-Jugel. Ja, aber sowas von. Leute. Nein. Ich dachte, das ist das Ziel. Oh nein, Goombas. Oh, oh. Hallo. Leute. Wir sind weiter. Wuhu. Ich geb mir mal Döner kaufen. Ja, macht das mal. Macht das mal. Viel Spaß dabei, Alter. Die Kopfhörer fliegen schon wieder halb raus hier aus diesem Saftladen. Ne. Nein. Ich habe jetzt kein Zift. Oh. 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 Es gibt belastende Momente im Leben, die das hier dazu. Ah ja, wie auch immer ich gerade bei diesem Koopa überlebt habe, aber okay. Heu leise, ich hab voll leise geheult, hab extra leise geheult. Alle ist ziemlich belastend hier. Manchmal muss ich los und am besten niemals wiederkommen. Kennt jemand Disney Universe oder Yo-Kai Watch, ja beides, ne? Beides, aber mit beiden habe ich nix zu tun. So gut. Profi. Alter, okay, Leute, jetzt schaffen das aber, ne? Quatsch, einfach weniger ein Spiel zu bereiten. Okay, jetzt hat er aber gar nix mehr. Hilft auch nicht mehr. Ne, ich kenn nicht. Ah ja. Moin, Bios, Moin, Zelda, Niek, grüß dich. Moin. Manchmal muss ich los. Am besten niemals wiederkomme. Ja, ich gucke ja immer in Shad, ne? In Shad ist interessanter. Meistens zumindest. Das ist so ein richtiges Dreckslevel, ne? Richtiges Dreckslevel. Was in Toe, äh, Hooter, der ist voll nice. Hab ich von Amazon, ne? Link ist nicht in der Beschreibung. Muss einfach nur so Toadfood oder so eingeben. Oder Toadmütze. Dann solltest du den finden und Spaß haben mit diesem... Ich hab mir auf jeden Fall gar keinen Spaß mehr. Geh rein. Das ist immer so lustig. Okay, Nico. Dankeschön mit diesem... tollen... Kommentar von... dir, der freut mich sehr. Spike Blade! Moin! Ey, ohne Witz, diese Koopas sind sowas von nervig hier. Alter. Sind jetzt alle weg? Okay, 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 okay. Noch einer. Und, du Pilz. Und jetzt los! Nimm den Stern. Guten Abend, Moin, Jan Philipp! Manchmal muss ich los. Okay. Was hältst du von Mafia 64 Animationen? Was soll ich dazu sagen? Kenne ich jetzt nicht so krass. Mafia 64 ist das nicht einer meiner Spiele, die ich so gerne spiele. Habe ich andere Spiele gerne, Alter. Wo ist der jetzt? Ich würde gerne einfach mal, ähm... So broke, ne? Ohne Witz, dieses Trampolin ist sowas von Gift. Hilfe! Hilfe! Hey, Moin! Okay, man kommt da rüber. Geil! Geil! Nein! Geh einfach hoch! Einfach hoch! Yeah! Was würdest du von einer Tischcam halten? Kauf sie mir, ich stelle sie auf. Aber da gibt es nicht so viel zu sehen gerade. Ganz wichtig! Yeah! So, Leute, wir sind jetzt in... 2-2 War ein weiter schlimmer Weg. Aber wir haben es geschafft. Ja, Moin. Ja, Moin! Alter, jetzt schwiegt schon wieder der... Äh! Es war ein weiter schwerer Weg, bisschen. Ignorieren wird langsam schwer. Ja, der breitet sich gerade über alle Plattformen aus. What? Was machst du denn? Was ist denn bei dir los, ey? Was ist denn los bei dir? Oh, was ist denn bei mir los, ey? Das sehen wir manchmal auch, ey. Manchmal muss ich los. Gibt's auch ne Fuß, Kerl. Ich auch auf jeden Fall, ey. Fieden! Ah! 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 Oh, je. Oh, je! Leute, wir schaffen das. I love mit 300 Kommentaren zum Beispiel dann von Jojo. Okay. So, mach's hier unterschwellige Eigenwerbung. So sieht's hier aus. Äh, äh, da. Wir schaffen das. Ja, ohne Save-States wäre ich schon sowas von gegangen. Und zwar fünfmal. Fünfmal wäre ich schon gegangen. Ich bin so gut. Ja, was jetzt? Äh? 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 Na ja. Ah, ja. Piros liebst du im Spiel gerne Mario im Todkostüm. Ja, man kennt's, ne? Man kennt's. Manchmal muss ich los. Aber was soll ich denn da jetzt machen? Hat jemand ne Idee? Ich hab Mitleid mit dir. Ja, dankeschön. Hat jemand ne Idee, was ich da machen muss? Spende mir bitte Beruhigungs... ...mit dir Geld. Dankeschön. So. Aufpassen. Yeah. Ich bin wieder da. Moin zurück, Deniz. Die Wolken haben mich so getwiggert. Ja, die Wolken sind halt schon ganz geil. WTF, was los? Nico, was los? Weil dies passiert. Oder beschreibst du hier meinen Skill? Was jetzt so unfassbar gut ist, dass du schon richtig schockiert bist. Und du denkst, ich muss los. Denn ja, dann nice. Klingt super. Sass! Okay. Okay. Ähm, Pflanze, komm doch mal raus. Ja, komm. War gerade ein Captain Toad mit einer Challenge und dann einfach die Software wurde beendet. Hahaha. Am besten, wo du durch warst. Wo du durch warst, ne? Gerade die Krone einsammeln. Fehler. Das wäre lustig gewesen. War wohl leider nichts. Konizu ist getriggert, ja. Das ist er wohl. Aber Leute, was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich jetzt hier machen? Und dann? Was soll ich jetzt hier machen? Hat jemand ne Idee? Das Spiel funktioniert nicht mehr. Okay. Hä? Was ist das hier? Ja, super. Hä? Scheiße, glaube. Ah, ha, ha, ha. Ich hab's gesehen. Weitsprung ist ein richtiger Blindschirm hier fast. Fast wie 90% aller Mario Maker Level. Yeah. Tch. Äh. 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 Schießt doch einfach. Wie soll ich geschehen, Junge? Sag es mir. Wow. Ist hier die Originalversion auf der Nintendo? Switch. Hier kannst du nicht scheaten. Außerhalb mit Safe Stades. Und die nutze ich ja schon. Ich bin jetzt am Anfang des Levels bisher. Ja. Yeah. Okay. Ah, das wird gut. Hilfe, ein Hund. Alles klar. Der Koniz hat einfach Captain Toad geschrottet. Das finde ich ja nicht so toll. Genauso wie mein Toad. Der ist auch nicht so toll. Manu. Eieieieieiei. Alles ein wenig belastend. Kann der mal da runtergehen? Alter. Wie sieht das so scheiße aus? Ja, ja. Ja, Jasin, das berecht. Die Version hier ist echt nicht so hübsch. Nach und ab. Durchpusten. Start das Wald. Was? Startet das Verticat? Immerhin mal. Das ist auch schon mal ganz geil. Nico, hast du gut gemacht. Vielleicht stürzt er deine Zwischenzeit auch komplett ab. Wie war mein Name damals. Und du musst sie einschicken. Und leider ist dann, dass wir tun zwei Spielstand von dir gelöscht. Das sollte mir aber leid tun, mein Lieber. Dann würde ich dann mit dir zusammen heulen. Dann komme ich extra zu dir nach Hause. Um mit dir zusammen zu heulen. Und dann springt der Typ wieder nicht. Ich gehe gleich heulen. Gleich muss ich los. Also Lost Levels anspielen. Und richtig Abschuss. Kann der mal da runtergehen, Junge? Ich drücke. A. Hier ist A. A drücke ich. B drücke ich. B macht er nicht. A macht er. Ah ja. Irisch lernen Pius. Ja. Okay. Um 19.30 Uhr gebe ich mir die Kugel heute. Wisst ihr Bescheid. Also nicht wirklich, ne? Aber hier im Spiel reicht es mir. Noch ein schmal muss ich los. Eieieieiei. Alles klar. 19.30 Uhr gebe ich mir sowas für die Kugel. Reicht mir hier. Erstmal langsam was. ja moin ja moin ohne beziehungsweise auch schon wieder so belastende wer hatte an diesem spiel damals spaß das war ich mir ich habe damals live gespielt und es heißt es wäre gestorben das kann man ja sicherlich geben hier das war natürlich ja das kann man das online spielen ja komm heran komm 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 was geht jetzt ab hier was war das denn gerade für ein flitter flitter was für ein ding flimmer sprachlein bubble kam ran komm komm nico kam ran sofort komm komm ran ich öffne schon mal discord kommt jetzt ran hier aber abwechselnd die letzten bevor ich mich einweisen gehe ich rufe ihn mal an leute wo ist denn der typ alter da ist er so nico kam ran hier ne er kommt jetzt ran leute irgendwann da habe ich auch mit man kann man ja auf jeden fall nico bist du da naja ich glaube ich muss einmal zurück glaube ich ne oder das fliegt schon wieder den kopf heraus hier so alter schwede hier so nico bist du mal da jetzt so warte mach ich mach mal den kopf wieder ein bisschen anders bruder wie spontan war das denn ah ja hallo hallo du lagst wie immer ne weißt du bescheid ne ja klar weiß ich okay jetzt läuft's so ähm ich lade dich mal ein ne was ist jetzt los ich hab kein zauern zwei spieler oh mein gott ja man nein nicht so hallo oh nein so ria du bist auch mein idol hehehe so ähhhh du hast btw keine party ja 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 alles gut wie kann ich denn selber eine aufmachen achso weiß ich nicht ich hab's ich hab's ne profi alter das ist ja ein luxus was denn die f oh oh mein gott deine speichertaten werden davon nicht betroffen sein ok das konizoooo alter schreie halt noch lauter du steuerst da total ja es wird bei der welt wieder rot hier also ich glaub das das wird auch jeden moment abstürzen ich kann applaudieren by the way so dann machen wir ey du hast die kontrolle wie kann das ändern wie kann das ändern wie kann das ändern ich glaub du musst sterben ahja ich bin noch extra gestorben aber ich kann ja wohl jetzt ein selfset laden oder ja ich glaub du ich glaube es geht immer abwechseln sowas oder ich glaub du musst du hast den zwei spieler modus aktiviert ich hab keine ahnung ich kenn mich halt genau so red ich aus wie du ich mach das ja auch zum ersten mal als ob das nicht geht ja läuft bei dir mach doch einfach eine ahnung was du machst und ist das denn ja läuft bei dir ja 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 aber sowas von ey hä ich hab keine ahnung geht das überhaupt zu zweit also ich hab in der erinnerung dass das zu zweit geht ja ich guck mal ich hab mich extra gekillt ne so nico kannst du jetzt nö nö hä wer hast denn das jetzt geschafft ich hab einfach irgendwas gedrückt und dann kam auch mal diese meldung ach so warte mal dann machen wir mal weiter nein erst mal schreiben darf ich fürs abonnieren ja das ist doch mega geil was schreibt das mal bitte was wieso soll was passieren ja dass du steuern kannst boah du Experte ey ja natürlich nicht warum nicht ja ja warte war ich das warte war ich das wieso bist du das hast du mal einen sprung ich glaub du bist gesprungen ja ja warum kannst du nicht springen Pils hat die Kontrolle hat die ganze Zeit die Kontrolle jetzt kannst du jetzt kannst du nein kann ich nicht hä ich kann aber apportieren siehst du meinen Pfeil hier ach so man zeige oh ne Junge das leckt er jetzt auch noch kann ja gar nicht mehr spielen ha 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 ein Input Delay vor zwei Sekunden ha 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 Nintendo Online das ist jetzt schon online ich fühl mich jetzt richtig geliebt ha 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 ich hab da drauf gedrückt ha 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 ja dann würd ich mal sagen ist geil gelaufen ja jetzt mach du mal und jetzt soll die Kontrolle dann kann ich ja raus ich will Hallo du hast die Kontrolle du kannst jetzt machen ich hab die Partie beendet warum ja weil ich weil ich die scheiße verbindung lahm mach was machst du ich verbindung lahm mach ja trotzdem nicht du sollst auch mal spielen ja ich kann aber nicht spielen doch du spielst mal so läuft das nicht doch doch so jetzt hast doch hast doch mitbekommen ich weiß nicht warum aber dieses Spiel geht nicht online doch ich muss einfach sterben dann kannst du spielen hast du gesehen wie das klappt das steht aus spieleranzahl 1 wenn man das ding startet ja doch doch das geht warte geht denn der erste Teil ist es weit ich glaub der erste Teil geht zu zweit jetzt komm mal ran hier ja der erste Teil geht zu zweit aber der zweite Teil geht also Noah Stavis geht nicht zu zweit doch komm mal ran jetzt hier es geht mein Gott es geht nicht du Lappen doch komm mal ran jetzt hier waren zu faulen Multiplayer zu programmieren Alter Konizu möchte ich spielen ja dann spiel mal die Verbindung ist zum anderen Spieler ist instabil danke Switch du bist auch kann ich eine Speicherdaten überschreiben bitte nein kann ich das bitte jetzt muss ich einmal spielen jetzt halte ich auch an der Menschheit okay jetzt darfst du ich darf nicht kann nicht doch jetzt darfst du nein doch da steht er jetzt pass auf egal was ich drück es passiert nichts hä du kannst aber auf Pause drücken du hast eben auf Pause gedrückt ne nein doch eh war das der Soundcore ist weg ja weil der Soundqualität ja einfach scheiße ist warum geht das nicht ach doch ah ich hab's was hast du ich weiß wie es geht was nein oh Gott er hat's raus ich lade extra für dich neu Alter was ist ein Input Delay Alter Alter das ist so Delay ich komm nicht mal über den Kuhball weg Alter du schreist mir hier die O-One aus im Kopf ey was du schreist der hat dich laut jetzt lege ich zurück ja Leute ich hab hier mal einen Skill ne Luke's 2 müsste man beim Spiel spielen der läuft zu leicht wow Alter Skill Alter Alter bei den die Alter der bewegt sich von alleine ich schwör danke fürs Abonnieren Lukas Zendo Premieren oh Alter wie hast du eigentlich den Spieler gewechselt was hast du gemacht gezaubert ja ich hab mein Nintendo Deutsch schon angerufen jetzt echt jetzt das hast du gemacht ich habe eben Homebrew installiert und dann geht das Junge ich muss wieder wechseln zu dir Bruder nein du machst das jetzt Alter ich verprat ich hole mir auch 50 Game Over warum ist das stehen geblieben ja weiß ich nicht eh achso ja komm noch so Niko macht jetzt hier mal den Skill Yasin lacht dich raus ja wenn dieser Delay nicht wäre ne dann wäre das noch ganz gut Abo Arz Dankeschön für die Abonnieren hier ne lass einen Like da für Niko Skill wow 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 man ich hab es bei der geschafft ich mach schon weiter Junge Alter das ist so n das ist so n Dreck Game das kommt aus der Hölle kann passieren kann passieren ich geh jetzt nicht ich werd jetzt die Noob Variante ausprobieren wow ich hab durch naja Mogeln alter Leck ist mir stehen geblieben hallo ja klar hallo dank danke für nichts alter wieso bin ich grad so hochgesprochen bin ich Jesus oder was ja hallo Lutendo grüß dich hallo wer LUTENDO alter ich will Pils haben aber Mario Mario denkt sich zu nein auf die erst mal internet Mario denkt sich zu ich bewege mich immer so wie ich will so wie ich will scheiße mein Gott ist das ne scheiße das geht nicht das ist unmöglich Nico Nico du schaffst das ich drücke und zwei Sekunden später bespringt der Fake Account 1 wuhuu Juhuu wuhuu 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 continue so Leute ich probier's auch nochmal ich bin ja der Beste wie kann man denn wechseln das wüsstest du wirklich gerne alter ich möchte das wissen du scheiß huso Alter der Input lag Alter der Input lag ey wie hier assoziiert bist du eigentlich du musst die Tasten drücken ZL und ZR und dann steht da unten bei Y Spieler tauschen ah das siehst nur du du der Host bist ne du bist nicht der Host du bist der Horst der Horst der Horst ich bin der Seehorst du kommst immerhin nicht weiter wie ich und man beleidigt niemanden auf türkisch Junge ich drücke A oder A und er springt zwei Sekunden später ich bin halt deine Challenge heute das ist mein Internet ist deine Challenge Junge kauft dir einfach mal ein bisschen WLAN ja klar kaufe ich mir gerne mal WLAN ja dann ist so cool ich würde dir mal empfehlen ein WLAN Kabel zu installieren ja ein WLAN Kabel kaufe ich mir jetzt bei Lidl warte ich geh gleich los er geht los Lahn mach mal zu By the way Fake Account 2 ist jetzt auch ein Toad cool geiler Fake Account danke so Niko ist mal wieder dran echt jetzt? yeah Pius TT hat die Kontrolle schön dass Youtube im Namen haben für naja aufmerksamkeit ja komm komm Niko ist gut ne ja ich schaffe das Level heute noch groß ja ok dann mach dann geht das Team aber noch 5 Stunden hm ich meine das ist glaube ich das ist glaube ich noch nicht mal so schwer wenn es nicht so ein Delay gäbe also ohne dich würde ich es dich ja schaffen ahja ja und ich mach es mit Videobeweis den höchsten Fake Accounts hat der Typ Fake Account 3 geht doch noch ne 4 Alter wenn du wüsst wie viele Fake Accounts ich auf Youtube hab ja deine 450 Abonnenten ne Hälfte sind Fake Accounts ja klar nicht nur die Hälfte hallo oh mein Gott ich meine jetzt noch das ist in alle Fake Accounts also außer du du bist mein einziger Abonnent yeah alter Mario bleibt da stehen und spring ich hab gedrückt wie er trägt auf das muss so wohl aussehen oder das muss so wohl aussehen oder ja genau so siehts aus ich bin aber auch schon da einfach runter geflogen also von da ja ich brauche auch gleich Flaschen zum werfen ah ich hab auch eine ich hab hier nur ne Breffdings da zum sauber machen alter 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 der rutscht so krass wie Luigi ne das Luigi 2.0 oh mein Gott so jetzt schaff ich's aber ich hab nämlich ich frag mich ob wir doch bots sind ja wir sind alle bots yes ich hab's jetzt muss ich's nur noch oh Gott du schaffst das alter man wieso kann man denn da nicht schwimmen du hässlicher Mario kann im spiel nicht schwimmen das hat kein Seepferdchen ja meine Fresse warum warum geht der ein verfälte einfach durchs wasser durch mach man zu real life auch oder was einfach mal durchfallen er trinkt ja aber trinken würde ich nicht so ich meine dann kann man da auch gleich einfach nichts machen das realist schalten so ich werde mein Kontrollereich in die eine Fresse ich fahr gleich nach Hamburg ich fahr gleich nach Hamburg und werde in deine Fresse hauen den Kontrollereich meinen? ja meinen Kontrollereich in deine Fresse hauen naja dann komm doch mal ich meine ich weiß ja jetzt wie deine Fresse aussieht ne wusste ich schon vorher lol oh ich hab dich von viermal getroffen endlich muss ich kein Doppelleben mehr führen ich war ja die ganze Zeit Pius hat man ja auch im April-Scherz gesehen ja Gamertrauch meint das sogar Gamertrauch meint das du wüsst nicht what the fuck film das was soll ich filmen ach so das film dass ich den Kontrollereich gegen Pius haue ja mach ich gern nächster Vlog Pius nächster wenn ich nach Hamburg komme es wird dann auch mit deiner Fresse sein Kulisse hauen nicht machen wir so 10 Pfeile da so auf dem Fafnil Kulisse hauen nicht ja das kommt jetzt kommt jetzt das wird das geilste Video der Welt ahja kommt extra morgen zu dir nur für dieses Video oh mein Gott ja morgen wenn du mir das Ticket bezahlt ok wir schaffen das kannst du bitte wieder kannst du bitte wieder ich raste gleich komplett aus wir schaffen das das ist das ist das ist ja noch schlimmer als Captain Toad so jetzt nehme ich Trick 17 nehme ich alleine ahja ahja schreie ja noch lauter neiiiin wieso sterb ich eigentlich wenn ein Picks in Mario berührt von KOOPA stirbt er what the fucking Hell alter was ist das falsch mit dem ja das fahre mir auch als wirklich dann direkt Krippier so als ob der irgendwie Messer in der Hand hat Wollen die sehen? Koopas sehen voll süß aus meiner Meinung nach Ich finde die einfach nur knofig Hier vielleicht nicht, aber Alter Wieso wurde jahrelang von Pius versklavt und gefoltert? Nächstes Video von Konizo So hat mich Pius ausgepeitscht Aaaaah, alles klar Aaaaah, ja Ja genau so läuft das hier Arme aus dem Fenster Jedes mal wenn ich ein Video mache Fingt mich Pius eigentlich dazu Eigentlich habe ich keinen Bock dazu Genauso läuft das immer So ich gebe dir noch drei Versuche Deswegen mache ich ihn ja auch immer nach Ich gebe dir noch drei Versuche Drei WTF Alter Alter steuerst du ihn? Nee Alter ich hab das Gefühl gerade der ist besessen von Teufel oder so Und Pius Aber irgendwie habe ich es trotzdem überlebt Hoffentlich in Frage Alles wird gut, genau Moin, hab ich was verpasst? Ja Fast die ganzen Zwiebeln So Hahahaha 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 Alter Alter Meine Hand hat gerade vibriert Deine Hand hat gerade vibriert? Aha Ja wegen dem Controller man Hä? Er hat doch gar keine Vibration Ja meine Hand hat einfach so vibriert Das ist halt auch ein Vibrator für Dinge Ahja, ahja Boah Musste ich das jetzt die ganze Zeit machen? Und da ist irgendwas schluss Ja machen wir doch die zwei Leben Okay Dann bringe ich mich jetzt mit Absicht um Nein du konzentrierst dich Konzentration Alter das ist ja noch schlimmer als Nintendo Labo VR Stell dir mal vor das sind VR Dann kannst du Pixel zählen Kannst ja so schon aber Oh Alter das ist echt nicht schwer Das ist echt nicht schwer Ich war schon in Welt 2 2 Ja lustig Ja Und in Lexis hast du ja auch ziemlich machbar Das Spiel ist ja überhaupt nicht schwer Nein Also ich könnte Ah komm 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 Du streamst das morgen auch Komm Hallo hast du am PC gesehen? Ich hab gesagt dass ich nicht mehr streame So läuft das nicht mehr Du streamst wann ich das will Nein ich werde nie wieder streamen Doch Oder ich bedrohe dich in meiner Äh Meine Ahnung Cola Flasche Was hast du aus dem Input Leg Oder nur ich Ja Die ganze Zeit Ich hab doch nicht umsonst gesagt Dass ich zwei Sekunden vorher drücke Und dann mal mein zu springen Ja ich springe Das sieht man nicht schade Das ist das was ich zeige Das ist augenkrebs Ja du kannst generell nicht zeigen Sieh mal bitte deine Deine Cap Deine Toad Cap da an Das sieht ein bisschen ill aus Vor allem weil die falsch ist Das ist noch schlimmer Hey Ich kann den Anblick nicht ertragen Du bist ein kleiner Toad gerade Ohhhh Junge So kann ich gar nicht spielen Das ist noch 50% schlechter als sonst Das ist noch 50% schlechter als sonst Ich projekte der schnitt in den nächsten 5 Sekunden Ja Das sprengt mich ja nicht Eigentlich wollte ich sogar sagen Er fällt da runter Aber er hat sogar das geschafft Das habe ich ihm nicht zugetraut Nach der Übung Lauf mir doch in Ruhe Oh Oh mein Gott Jetzt muss ich nur noch über den Kuchen spielen Ich denke es sprung So Leute jetzt reicht es mir hier Das war es für den Stream Bis zum nächsten Mal Liken sie falls sie neu sind Äh ne Abonnieren sie falls sie neu sind Und liken bis zum nächsten Mal Tschüss Das war sehr geil Tschüss Ja Bis zum nächsten Mal Kommt auf den Discord Abonnenten Server Link ist in der Beschreibung Tschüss Tschüss Ich muss los Bruder muss los Es Puh Tschüss Ich muss los Tja 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 Tja